Advent 2022. Die Welt steht Kopf. Weltmeisterschaft im Dezember? Die Welt scheint wie verrückt. Krieg. Die Welt ist in Schieflage geraten. Energie, Schwierigkeiten, Klimakatastrophe. Gut, wenn wir trotzdem unsere Hoffnung bewahren. Trotzdem Adventstürchen für Adventstürchen uns dem nähern, was wirklich wichtig ist. Wenn wir trotzdem innehalten. Wenn wir unseren Blick öffnen für das, was uns trägt und was uns hält, was uns wirklich weiterhilft. Für Gottes Nähe, dafür, dass Jesus kommt. Also, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Vielleicht in diesem Advent mit unserem Adventskalender auf Instagram. Mit dem Adventskalender für dich. Von Pfarrerinnen und Pfarrern aus der Region Marburg. 愛, Pfarrerinnen und Pfarrerinnen und Pfarrerinnen und Pfarrerinnen und Pfarrerinnen und Pfarrerinnen und Pfarrer 동 Jaguar wie devo Maintenant verhaut. Herz Chef that never, verm anime. Mit dem Adventskalender für dich. Von Anfasen und Pfarrerinnen und Pfarrerinnen und Pfarrer Branche. Zum están Samson avec cinco-